Hi, hier ist Matthias Jaffs von The Scorpions und wir sind hier in der Garderobe der O2-Work in Hamburg. Ein kleines Etablissement, aber es reicht für mich und meine Gitarre. Und ich wollte euch einfach nochmal zeigen, dass ich mich aufhören muss vor einer Show. Wir spielen hier MTV Unplugged, heute in Hamburg. Gestern waren wir noch in der Köln Arena, ausverkauft, Riesenhallen. Muss ganz besonders bedacht werden, wie man den Sound rüberbringt. Aber musst du die auch gut spielen können. Und insofern wärme ich mich vorher auf und ich spiele jetzt auch, da es sich um Akustigitarren handelt, viel Fingerpicking. Und da muss man die rechte und die linke Hand gleichermaßen aufwärmen. Ich kann mal kurz irgendwas machen, die da sie warm werden. Dann spielst du irgendwas, um erstmal warm zu werden. Dann kann man auch mit dem Plektrum was spielen. Ich habe hier dieses Instrumenten-Teil, ein Stück in unserem Programm. Delegate Dance genannt. Kommt sehr gut an bei den Leuten. Hätte ich gar nicht gedacht. Bei Oslo-Gi habe ich eigentlich geschrieben, um Klaus mal einen Break zu geben für die Stimme. Aber es hat sich doch so dann etabliert, dass es sehr gut ankommt bei den Leuten, wo sie es wahrscheinlich zum ersten Mal hören. Die meisten jeweils. Und ja, das macht Spaß. Und aufwärmen, wie gesagt, muss man sich, weil, das sind ja die Muskeln, wie jeder Sportler vor dem 100-Meter-Sprint, muss auch er sich warm machen, dehnen, stretchen. Und das macht man als Gitarrist natürlich am besten, wenn man das spielt. Was noch ein guter Trick ist, muss ich mal sagen, geräuschlos. Man tut so, als würde man sich die Hände waschen. Ohne Wasser und ohne Seife. Durchblutet unglaublich gut. Und dann geht es auch schon besser. Und dann geht es auch schon besser. Dankeschön. Sehr gerne.